Hallo liebe Leute und ich heiße euch herzlich willkommen bei Let's Play Midnight Club 2. Und wir spielen hier wieder auf 720p, weil auf Full HD zu rennen dauert sehr 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 lange. Glaubt mir Leute, ich musste etwa 6 Stunden um meinen armen Laptop die ganze Nacht laufen lassen, nur um für euch die Folge zu rennen und in Full HD abzulaufen. Ja, halt doch endlich die Klappe! Ja, halt das Maul! Immer dasselbe, ich werde dich gleich umstellen. Ja, dafür müsst ihr sterben, wahrscheinlich. Ah, ich hab's in Oba getroffen, haha. Äh, ja, äh, Hi Madred, wie immer. Äh, ich will den Hals so still verbruchten. Ja, Mauer, vandalieren. Wie es sonst in meinem wirklichen Leben so abgeht. Das möchte kein Mensch wissen. Wuhu! Jaaaa! 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 Außer Kontrolle! Jaaaa! Oh! Das war jetzt nicht so. Okay, jetzt halt endlich die Klappe! Ja! Ja, endlich! Danke! Die nicht in echt ist. Jaaaa! 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 Äh, lol was war das denn? Der ist einfach durch den Abaden gegangen. Und ich fahr hier einmal so klar los. Jaaaa! Jaaaa! Ich bin ein toller Let's Play, jaaaa! Und der Chance ist jetzt wieder China. remember try to save your Nitrous, until you really need them. Die sure do come in handy, werer Angst und wenn ihr Euchliamo Jackson knowns Niest cours! Oder the watchmen, fuck it and fuck does that you enjoyed! höher, hehehehe. Wer steht immer um 10 Uhr auf? Das ist natürlich der Laserman. Wer macht nordkoreanische Harden? Das ist euer Laserman. loyal, loyal, loyal. Ahhhh! Sorry, das war jetzt gerade wieder mal, meine Mutter ist wieder reingeplatzt, ohne was zu sagen oder zu kloppen, denn wie es ist, es ist viel zu viel Rücksicht zu essen. Ähm, ja. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, wenn ihr es bemerkt habt, fangen schon einige hinter mir Feuerwerkskörper zu zünden, das liegt auch daran, weil wir auch bald Silvester. Ja, für diejenigen, ich schaue schon mal an, wo es ist, ja, boah, über, äh, scheiße, was ist der, schon wieder, äh, ja, boah, der war geil. Ja, ich mache hier gerade sinnlose Paxen, aber naja, ich bin ein richtiger Krampfkeks. Da wird schon jeder Mensch merken, dass ich ziemlich kommentiere, Paraden oder Dokumentationen. Im Großen und Ganzen bin ich, was wir ein Stück. Ja. Boah, boah, boah. Ja, ihr folgt, okay, aber jeder von meinen Frauen kann das gleiche tun. Ach ja, und für die zu wissen wollen, das ist auch einer der BiPrimo eigentlich zu tun. Ja. Ich hoffe nicht, dass der BiPrimo wieder einen pennt. Ja. 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 Manchmal springt die Püste hier auf 30 bis 50 Framerates, was mich sehr glücklich macht. Und was hab ich zu deutsch? Aufgegeilt gefühlt? Jaaa Ich würde fast machen, was der hier macht, das wollen wir lieber. Gar nicht wissen Ob die Röschen ist, das sind wir jetzt wieder überall durch Okay, komm Vicky, kann ich eine bessere Herausforderung bekommen? Oh mein Gott, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich werde dich töten, wenn du das wieder machst. Was? Ha, das ist nicht wahr. Die Stadt in Paris ist nicht groß genug für die beiden uns. Der will mich töten, dieser Schmutz. Du, alter Hext. Haha Ja, das kriegt ja jetzt schön von mir zu hören. Wunderschön! Wunderschön! Ah, ein Bulle! Ja, toll, der ist nicht einfach. Aber entschied mich. Jaaa, Freiläufer! Ah! Aha! Geil, das ist geil, Bruno, ich bin aktiviert! Ah! Oh nein, 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 nein! Ich lasse, ihm so... Aah! Boah, hab grad noch geschafft. Normalerweise würde ich da halt crashen oder cool. Hier. Ja, ist im Haus. Boah. Und da bin ich auch nicht mehr häufig dran wie Knall's. Ja, ich werd verletzt, ich werd verletzt. Schnell. Los, hopp. Ja, weil das ja schon auch mal entfernt wird. Vielleicht bist du das. Ja, und ich weiß, ich kann Nitro geben, aber das wär jetzt total unwinnstig wegen dem scheiß Hotel. Oh, hey. Ich werd verletzt. Okay, ich hab jetzt schon verloren. Das merk ich jetzt schon. Weil... Hopp. Warte. Los, drücken. Los, mach hinne. Ich möchte mit diesem alten Sack backträten die Eier. Ja. Lachen die Tore. Jawoll. Ah. Ah. Leute, das Horn läuft. Habt ihr das grade gesehen? Hey. 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 Ross Tank out, New Phase. Wow, scheiße. Boah. Aber jetzt muss sich das alles ändern, mach jetzt auch noch den da, damit ich nicht von irgendeinem Trashed werde, im Fall du da ziehst. Halt deine Klappe. Ich will gewinnen und sonst bei dir ist mein Knecht. Okay, ich werde jetzt schon abschleißen. Okay, vielleicht habe ich nicht. Vielleicht. Vielleicht. Nein, 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 nein. Ich hasse dich. Ich will es nicht sagen. Oh, nein, seht es euch mal an. Nur wegen 22... 20 Millisekunden. Nur wegen 20... Welcher Penalty? Welcher Schwuchtel hat hier Millisekunden erfunden, bitte? Oh... Oh... Also das nehme ich grob zurück, dass ich ein Pro bin und ihr euch keine Sorgen macht, dass ich abschleißen bin. Das nehme ich wohl zurück. Das ist richtig. Ist gut. Ah, nein, ich werde das nicht allow, dann. Na jaa, ich sehe dich. Scheiße, Brunnen. Ach, das ist nicht. Ich habe ihn verloren, ich habe ihn verloren! Los, schneller, mein Pupi. Oh, der ist gut. Ich glaube, ich würde ein bisschen brechen. Ja, der hier mich killen will, angeblich. Wow! Alter, Junge, was ist das? Ach, wie die einen einraben, das ist ja noch schlimmer, als bei diesen Polizei-Indios, wo die einen richtig einraben, wenn die verfolgt werden in der Autobahn. Ah! Oh Gott, Primo, du bist echt scheiße. Ich rede von Primo, ich meinte Stefan. Nee, ich bin E am Ende. Evo. Sieht ja auch aus, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Oh, ja man. 30 Rail Race hier, das ist echt wunderbar. Ah, noch ein bisschen vorbereitet. Wo ist es? Hi! Hi! Nein! Oh Gott, das habe ich umgefürfelt. Da muss ich nicht gehen. Ah, Spawn Kill. Oh, ja man ey. Vierer Abschlussserie, um genau zu sagen. Da verfolgt mich wahrscheinlich wieder so ein scheiß Koffer. Jawoll! Ich habe es vorhin geschafft vor dem Wichser. Ey, jawoll! Nein! Du bist... Ah-ah. Jawoll. Oh, das ist jetzt... Der Wichser sitzt auch nicht vor allem. Ist das für einen? Ist das für einen? Ja. Wah! Wah, wandaliert! Da war schon wieder Vitalie, wenn es jemand genauer zu sehen wird. Aha, der muss noch mal Wunder machen, weil er jetzt die Einjack voll. Wah! Junge, Junge, Junge! Alter, Hund! Oh, komm! Ich muss es schaffen! Fishtail! Was? 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 Du! 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 Du bist so ein fieser Hund! Your car, c'est la ferra, it's just garbage. Mein Auto ist kein Müll! So halte ich das so. Was willst du jetzt auf einmal? Hier. Ich habe eine Auge. Oh, jetzt werde ich die Feinzeuge aufheben. Ja, so, uh, so you just pass the checkpoint. Vielleicht soll ich mich lieber um das Fahren konzentrieren. Das ist das Mindeste. Los. Aber das ist doch gut. Uncleared! Das ist ein Minerpunkt. Ja, was soll man dazu sagen? Der Penner ist einfach so aufgeräumt. Der ist zu sehen, steht mir um eine Auge. Hallo! Wow! Als die Klappe stoppt, sprachst du so viel ich will und was macht dieser scheiß Smart? Wow! Was ist gerade noch so hinzukommen? Yay! Okay! So, rein 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 rein. Hopp! Komm, ich hab dich. Es sei denn, der Schiff ist... So, der ist weg. Der ist weg. Rein, rein, rein! Jawoll! Nein, scheiße! Okay, ah! Kein Sport. Das wäre jetzt noch witziger sein. Aber wenn jetzt noch Spawn-Till noch mit dazu gezählt wird, als Punkte. Aber hier wird keine Bremse wert. Wird hier in einer richtig illegalen Stadtstraße bringen. Oh, wie der sich anhört, wie ein Rasenmäher oder so. Wow! Verpiss nicht. Ich... Ich glaube, wie ich schaff das. I'm very confident. I have self-confident. I have self-confident. Nein! 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 Ich hätte ihn ich feindrechen sollen. Scheiße! Fuck! Aber wenigstens hab ich's geschafft Da fällt mir ein Steilpunkt. Ich hole auf Smatic! Mann, jeder, jeder, jeder! Das ist erst периодiz originated. Oh nein, wer du denn?